Abflugbereit machen und Abflugbereit melden Abflugbereit Ransackbereit Einer fehlt noch Eine Maschine kommt noch angerollt Ich muss erst mal meine Tastenbedingungen suchen Schwarz zurbereit Router ist bereit Router 1 Rakete mitten in der Formation Vollgas Wir haben ja noch keinen Stress So ich roll schon mal Vollgas Du hast zwei Maschinen vor mir Nein, aber du bist noch hinter uns Ja eh, deshalb roll ich ja Von vorne hat noch ihre Haube auf Rackets kommt jetzt Jetzt, als dann ist man Abflugbereit wenn die Haube zu ist Kühler auf Klappen gesetzt Motoren warm Hier fehlen einige Texturen auf Für den 110er haben keine Texturen so richtig Für den DUI gilt Kühler auf, Klappe zu Achtung wir starten in 30 Sekunden Oxidbereit Ganz hinten links hat Deckel noch auf Deckel Sehr gut So Achtung bereit machen start auf mein Kommando Können wir schon Gas geben Am Stand Gelbe 1 Rakete Gelbe 8 Rakete Da ist Rakete rechts Schwarz zurad hier links Roter End Rakete rechts Racer hat rechts Ich habe 6 Rakete rechts Ich habe 6 Rakete rechts Ich habe 7 Rakete links Gelbe 1 Solo Glebe 8 Solo Roter End Solo Roter End Solo Schwarz zur Solo Die ist von der Rinde hochgesprungen Die ist von der Rinde hochgesprungen Hochstart Wo startet ihr gerade? Kann ich Mark Roter End Solo Messigen Solo Aber jetzt können wir die Ziele noch gut aufteilen Weil sie woppen jetzt gerade Ja Weil es sind noch schön zwei Reihen jetzt Wir machen das jetzt mal so Ähm Dui du bist rechts von mir Flieg bitte mal parallel rechts zu mir Und mach mal einen zweiten Schwarm auf Ihr nehmt einfach die rechte Seite Ich nehme die linke Seite Okay Und dann einfach in der Reihenfolge Nein Ich schiebe mich zum Toto ab Genau Dann machen wir das wirklich so Ich gehe mal schnell auf der rechten Seite durch Dui nimmt das erste Von auf der rechten Seite Und dann nach hinten durch Weiter bitte durchzählen Dui nimmt das erste Schiff von links rechts hinten Und ich nehme das Nein verwirr dich Du benimmst das zweite rechts oder? Alle machen jetzt bitte in die 6 von Dui Und in die 6 von mir Du nimmst das nächste auf der rechten Seite oder? Ja Dann nehme ich das dahinter Nummer 2 Ja Hansi Acht nehmen Nummer 3 denn Wer kommt danach? Wer ist dann vierter Stelle auf der rechten Seite? Ja das bin ich So Na dann J Vierter Schiff von rechts Steiger 5 Steiger 5 Dui gib mal Gas hier aus dem Leerlauf heraus Und ich stehe hier neben der 6 von Dui Ich stehe hier parallel zu dem großen Lebano Ich glaube da haben wir die rechte Seite schon fast komplett abgedeckt Ja aber Genau Machen wir euch mal so Aber erstmal nur eine Bombe ne? Linke Seite Nummer 10 1 Lebano 2 Scran 3 Dui was ist dein erstes Schiff? Ist es dieses leicht links verschobene? Genau Das ist das Schiff das erste was kommt und das letzte was ist Nochmal die 4 Ja Linke Seite Nummer 4 Wer ist das? Ähm 5 haben wir auch Katz Lamine Ok dann haben wir alle Bombenmäe Victor Bombenmäe Bombenmäe Bitte nur eine Bombe erstmal werfen meine Herren Nur eine Bombe Wir gehen danach eventuell auf ein Sekundärziel Vielleicht Vorkinch Na Antwort wäre ganz nett Erstmal so abfliegen Lebano Ja Den Kurs dann halten Und nach dem Sekundärziel geht es zum Terzierziel Also hört nochmal kurz zu wir gehen jetzt rein Jeder wirft eine Bombe auf sein eben ausgemachtes Ziel Danach im Abflugkurs steigen Und eventuell können wir dann nochmal zurück wenn noch die Schiffe übrig sind Ja Was bestimmt der Fall werden wird Ampulle Teirat ich gehe leicht rechts ne Ja ja Pauke Pauke Pelikan meine Herren Angriff Angriff Von vorne nach hinten oder hinten nach vorne bitte Nochmal Von vorne nach hinten das erste Wie kommt ihr denn auf das andere überhaupt Von vorne nach hinten Dui das erste links Dui das erste rechts Und dann nach hinten so weiter Weil halt rechts und links ist Fertig aus Seht ihr ja dann selbst wo angegriffen wird Gut Dann macht da jetzt keinen großen Humbug draus Pauke Pauke Wir haben keine Zeit mehr Ist doch schon Das sieht geil aus wie die ganzen 110 Andrücken jetzt Ja cool Das wird gut Ich glaube ich habe den Dui schon längst überholt Der fliegt hier mit 300 kmh an Nö nö sind schon nebeneinander fast Wollen wir los? Wollen wir los? Wollen wir los? Wollen wir los? Deine war drüber der Bahnung glaube ich Wollen wir noch mal Splash gemacht Das teust du manchmal Also Ja 500 Treffer Lebanov Komm los Wollen wir los? Wollen wir los? Ebenfalls Treffer Föhn Noch ein Treffer Super Wollen wir los? Noch ein Treffer Fünf Treffer Ohohoho Was ein Gemetzel Oh nein ich hab nur Erdexplosion Alle Mann Kurs Rolf Alle Mann Kurs Rolf Große Rolf Und Steigen Vollgas Naja ich sehe Hansiaths Schiff Da ist wirklich einfach nur so ne Erdexplosion Ja vielleicht bei dem Oredo 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 Hansiath du hast uns alle enttäuscht Wie kannst du nur? Ja Das war eine Übungsbombe ne? Und das von jemandem aus der Sechste Sind Gänge Wow Aber geiler Anflug Geiler Anflug Vier Schiffe sind übrig Es gehen rein Karaya Nördlichstes Schiff Dewey Dann das Zweite Danach warten wir mal Ich würd noch auf mein Rechenstoff noch gehen Angriff nach eigenem MS Dewey und Karaya Alle anderen Kurs Rolf Wir steigen Dann gehe ich jetzt über Lisa Und werde in den Anflug gehen Das zu mir nächste Nördliche Schiff Jawoll Jawoll Ampulle Ich brauch noch Ich muss die Tasten rein Wer ist direkt hinter mir mit den zwei Maschinen? Ich Kran Kran du nimmst das rechts in der Mitte Siehst du das was übrig ist? Ja Und Wer ist der zweite dann hinter mir? Link Link du nimmst das letzte im Süden Victor Bombe weg Bombe los Geh über Lisa Wir sind auf eurer 9 Oh ich hab keine Bomben merke ich gerade ja Ich hab ein paar Horedo Kran Da geht ein paar runter Kran Wenn du keine Bombe hast abruft dann geht gleich ein anderer rein Treffer Horedo Kran Horedo Kran Horedo Kran Gut gemacht Hallo Ich glaub es ist Zwei Schiffe sind übrig Link Ziemlich mittig beide Ok Tippson geh rein Und Link ist auch im Anflug Bombe raus Wunderbar Boah Wahnsinn Das ist ein Massaker Für die britische Marine Ja Ich hab eine Option Salve verringern Horedo Link Treffer Horedo Link Unwieder rufbar Zerstört Einzel jetzt noch aktiv Davon werden sich die Engel nennen Die Engel holen Ich glaub das Das eine mit der Sand Explosion ist immer noch da Geh mal drauf Ja Geh rauf ich geh rauf Ok dann andere frei Letzter Schiff Wunder Treffer Link muss ich rausbringen Vitamin Link Setz dich ab zum Gartenzaun Libano seid ihr jetzt östlich von den Schiffen? Ja Ne westlich gerade im Moment Westlich Ich seh's auch nicht Hast du scharf geschaltet gehabt? Horedo Kran Treffer Hast du versengt den Abruferdacker rein? Jetzt geht er hoch Ja Horedo Ja Horedo Horedo So wo ist der 110er Schwarm? Libano Leistung 1.2 Ich halte jetzt auf Horking zu Wir werfen die letzten Bomben auf den Platz Dann ab nach Hause Ja Ok Seht ihr mich soweit? Oh ja wir haben die Nummer Ab auf Hallo Gerade 10 Kurs Horking Weit hinter dir aber Genau Alle nach Horking Reduzier auf 1.0 nochmal 1.0 für euch Boah das sieht aus hier Hab ich noch nie so schnell Hab ich noch nie den Konvoi in Luft aufgenommen Er hat sich echt Der wurde verpufft Ja ist ja cool Alle haben es ziemlich gut getroffen Ja super Ihr seid ja eh noch über den Schiffen Ich hab mich schon gewundert wo ihr herum Greist Ja Geil Spiegt mal eine S-Kurve Kommt ihr besser ran Haltet einfach Kurs Horking Dann seid ihr ziemlich fix bei mir Die C7 hat jetzt auch die N-Motoren oder? Ja Dreht ordentlich hoch das Ding Ja Hab ich mich schon gewundert Ja Ulster Falls ihr noch die Luft schafft Ich hab ja gehört Wir gehen jetzt nach Horking Aber wer hat sich da falls so In den nächsten 5 Minuten maximal Oh Horedo Ja Hanseaten Petsch waren an dem Lebano hat noch eine Bombe Wer hat noch eine Bombe? Ich hab noch eine Bombe Skipper Bandits 4 o'clock Sagt mein Gunner 3 Ist das Richtung Ramsgate? Vorsicht Das ist in Richtung Manson Ramsgate Ja Ich hatte eben kurz einen Kontakt gesehen Aber Oh das ist jetzt grad wieder Ähm Mein Gunner Ziel jetzt aber eher in Richtung Frankreich Ich seh aber Ehrlich gesagt nichts Ich hab ne Splitting vorne bei mir dran Ich muss mal andrücken Ich bin jetzt beim Doofer Hafen gleich Das ist die bei mir Ja ich seh Ah Viktor Oxyt kannst du da rankommen Ah ja du stützt dich hinterher Soll ich irgendwie umdrehen? Ne ne? Ich kann dir auch helfen Ja du musst ja umkurven Kurven Ich glaub das sicherste wäre wenn du rumkurven würdest Ja genau dann 180 mehr Da kommen wir nämlich dran So kommen wir nicht dran Ne So weit weg sind wir nicht Gut dann mach ich nun Hängt noch immer Pass auf Jetzt fährst du rechts an der Formation mit einer 109 frei Ja du? Nein Pass auf jetzt ist er sehr nah Ich überschießt Hinten geht hoch Ist derweil noch frei Der schwingt aber gleich wieder um Ich könnte reinkommen jetzt Vorsicht geht da zu Tritt oder was an die SPD Ich bin jetzt an der Spit Treffer Habe auch einen Treffer gesetzt Volltreffer ja Ja Alle haben einmal rüber gerotzt Und dann Einmal schnellen Snapshot genutzt Kommt von oben runter Wir haben immer noch eine weitere Speichmaschine auf HALO 30 Was ich ab? In der 6 Uhr in St. Margren Ich möchte nicht in der Haut von den Speedpiloten sein Ne So Ransi hat stützt rein Bring gleich dran 109 in der Lisa kriegt 6 hinten Der hochsteigt Mach was, mach was Wir schlafen HALO 20 knapp Bitte versuch Richtung Hawkinsch weiter zu fliegen Ich wach hier nochmal kurz vor euch Mit der Spitfire Wir könnten mal unterstützen zu brauchen Von irgendjemandem Na bin Ja ich komm mal rüber Na bin Waradu Ich berühr dich Treffer auf die Spit nochmal Linker Flügel Doberhaven ist jetzt die zweite Feindpilfiene dabei Hansi hat geht nochmal rein Ich bin nach Hansi hat Er ist gesprungen Sehr schön Waradu Waradu Doberhaven auf Deck Auf Deck Auf Deck Geht feier Richtung Doberhaven auf Deck Genau Rischung Radar Alle 110 mit Bombe jetzt bitte Richtung Hawkinsch Die die frei sind mit Bombe Die können gerne in den Luftkampf gehen Aber die jetzt mit Bombe sind alle auf Hawkinsch Unmittelbarer Weg solange das eben Luftkampftechnisch geht Ich flieg jetzt drauf an Und zieh das jetzt auch durch Ja und wer eine 109 hat Am besten Direkt in den Luftkampf Alter Was ist das denn schönes Selbstmordspilz Hallo 20 aus Ah ich seh es Du bist Du wie du Überhattest du jetzt Wasser oder Nach Bombe auf Kurs Hier ist eine Speedy Hallo 20 über Doberhaven Leicht nördlich davon Äh es sind zwei Feindmaschinen Ja das sind drei Pass auf Ja drei Stück sind da Ja Eine stark verständigt Aber ich muss erst mal aus Waradu Vorsicht Die beiden Speedy sind jetzt direkt beieinander Aber eine ist gerade abgesprungen Ja eine die habe ich nicht Ja die hatte Wasser Oh ja die geht schon runter ich seh sie Motor dreht durch Weitete ich gerade nicht Äh Ich glaube die ist wirklich kalt gegangen Aber ich sehe sie auch gerade nicht Ich habe hier Heim mit Wasser Ich habe hier Heim mit Wasser Kommen am besten raus aufs Wasser Freigahne Bahokin Direkt draufschmeißen Direkt draufschmeißen Lebano Paco Paco Ich bin kurz vor Bombenwurf Ich nehme noch eine Spiti mit Die hier am Boden steht Oh da war gerade Leuchtschko aus dem Hafen Werde geschossen? Ich glaube Bombe los Ja Achso ok Schatz doch komm wo Hast du gerade gebaumt? Ja Und ich habe Muß erwischt Immer noch welche über Dover Also mein Ganner geht noch hinter mir hoch Hier so ein Einwand hallo Äh 20 knapp über Dover direkt Oh Oder Start Ich kann es noch nicht genau erkennen Und der Flak erwischt worden Do it du hast die Führung Do it du hast die Führung Ja Victor wir ziehen uns dann mal alle alle ähm Die Freize raus nach Frenchpoint Und die die Hilfs sagen Melden sich jetzt mal bitte dann nochmal Oh man ist das ärgerlich Schöner Frenchpoint abhauen So schnell es geht Ganner mein Ganner schießt Oh ist Spitfire vor mir Victor Ja ist Spitfire auf Auf eine Auf eine 109 die auf Südwest Südöstlich grad raus geht Ja 109 auf Halus 20 etwa Aber die Spitfire bleibt oben Ich stürze mal recht auf Frenchpoint Vielleicht kann das jemand sehen Hier über Doverhaven jetzt Ich drück grad hart an Die ist über mir Ja die geht grad in den Luftkampf mit einer anderen 110 Die kommt zurück Alles gut Kann mir jemand helfen Ich hab mich mal hier so ein bisschen reinbegeben Aber auf abgebahre Zeit Ich hab die Spitfire Ich steig sie grad an Wie gesagt Abzug kurz ist auf Frenchpoint Alle nach Frenchpoint bewegen Wo kann man den Mann an der Flak erschießen eigentlich geht das? Warum willst du das tun? Da kannst du die Bremse bitte mal kurz setzen Die waren gesetzt Die waren gesetzt Gesetzt? Okay Jetzt haben beide 110er die Wolken Wir haben das Polo gemacht Konvo Doink Dienstag Und die prallen vom Stahlhelm ab Also LeBab Wenn ich das hier aufzeichnen Ne? Mach's nicht Dafür kommst du vor das Kriegsgerät Weiß Dienstag Ups Der Stahlhelm ist gut der Deutscher Da prallen die tatsächlich ab Aber Kopfschmerz hat er Blumen trotzdem Kann man sich ans Endteil begeben? Ja Oh Achtung Jetzt kommt hier ein KI Das war das eine Bahn über links Schwarm scheinbar Krass Der Soldat ist umgekippt Der liegt ja jetzt über der Guck mal her Wie geil Ach ihr seid rechts Das tut mir jetzt irgendwie nicht schleit Der hängt da jetzt in allen Federn Jetzt schläft er ne? Ja War wohl nicht sein Erzbeermarmelade Das ist nur Erzbeermarmelade Wir brauchen euch die Spawn nochmal Bevor du noch mehr Schaden machst Ich auch Bevor du noch mehr Schaden machst Dreh ein Endern Flugländerbahn 27 Mark hier West Und mit dem Wasser das sieht schon toll aus Find ich da jetzt grad Mhm Man kauft es ab Ja Ja Wieviel Bombe haben wir denn? Ja schön Ja Oh 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 Da war das Fahrwerk kultig ganz ausgefahren Hey ich hab mein Revy wieder Ja Bruch auf Bahn Anfang der Bahn Ja 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 Ja